Eine ungewöhnliche, aber süße Freundschaft. Wer hätte gedacht, dass Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski, 27, und Rapper K1, 34, dicke Freunde sind? Sie stehen nun sogar für einen Werbedreh für Viktoria's Beauty Brand gemeinsam vor der Kamera. Woher die beiden sich kennen, verraten Sie uns im Video. Alle haben sich gern. Es hat gleich alles gestimmt, der ganze Vibe, verrät K1 über seine ungewöhnliche Freundschaft. Am Drehort herrscht eine familiäre Atmosphäre, auch Viktorias jüngere Schwester Pauline war mit von der Partie. Welche RTL-Stars auch hinter der Kamera ziemlich gute Freunde sind, erfahren Sie hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017